Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 22 Create My Team hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind drei Punkte für Servet und haben als nächstes den FCZ. Und was wir vor allem haben, das ist dieses eine kleine Endspiel gegen Real Madrid in der Champions League Gruppenphase. Da geht es dann darum, dass wir, ja, entweder ins Achtelfinale kommen oder, ja, halt die Europa League. Wir dürfen einfach nicht letzter werden, das ist klar. Das ist jetzt aber nicht Thema, jetzt gucken wir erstmal wegen Zürich. Wir gehen hier mal rein. Ja klar, er fuchtelt schon wieder rum, der Heisenberg. Einmal runter und dann geht das weiter. Wir werden jetzt wahrscheinlich ein Training haben. Was haben wir denn Schönes? Ja, das können wir simulieren, kein Ding. Logischerweise bei den Werten. Jetzt ist halt die Frage, lass mich mal nochmal schnell gucken. Das sehe ich schon richtig, wir haben den FCZ, jawohl, und dann haben wir Real Madrid. Ach, du grüne Neune. Okay, sollen wir den FCZ simulieren? Das Spiel gegen den FCZ. Den FCZ selber simulieren können wir nicht. Ähm, ja, wir gehen mal eins weiter. Wir haben, glaube ich, ja eben, da haben wir nochmal ein Training. Wir haben noch was im Büro, habe ich gerade gesehen. Den wir hier mal gucken. Aha, da haben wir es schon. Trainer, sie finden weiter unten. Ach, die Spieler. Okay, je mehr wir verbringen, desto besser können wir ihre Stärkern und Schwächen einschätzen. Genau. Gehen wir zur Jugendakademie. Ja, ich würde sagen, wir lassen, was wir hier haben im Groben. Ich möchte aber schnell gucken, der S. Meier. Oh, den könnten wir jetzt raufnehmen. Der ist jetzt 16. Der Severin. Was hat der für ein Potenzial? Das müsste ich da auch irgendwo sehen. Da, 88. Der hat aber halt eine Stärke tatsächlich schon von 66. Linkes Mittelfeld. Wäre das nicht sogar ein Nachfolger, ein Potenzieller für den Herrn Wager, der aufhört? Ich nehme den mal rauf. So, herzlich willkommen hier bei uns. Was haben wir sonst noch? Er hier mit Potenzial 82, mit Stärke, Sexualität, ist auch erst 15. Lassen wir mal laufen. Haben wir sonst noch jemanden, der hier gerade raussticht? 55, 56. Nö, den Rest würde ich mal laufen lassen. Aber er hier, ich sage mal so, der steht auf der Kippe. Gut, dann haben wir einen neuen Spieler im Team. Sehr schön. Können wir das löschen. Jawohl. Netz gegen Zürich. Können wir spielen? Ne, ich simuliere es. Dann kriegen wir in die Folge den FCZ. Ne, der Spiel gegen Real Madrid noch rein. Und ich möchte wissen, wie das ausgeht. Also, gehen wir hier nochmal weiter. Und dann haben wir hier, jawohl, FCZ. Jetzt haben wir aber nochmal was im Büro. Sie wünschen, der Entwicklungsplan von Ferraro. Und Spielerjet haben wir auch noch. Äh, teilen Sie mir mit, ob Sie dieses Thema persönlich besprechen wollen. Äh, bitte schauen Sie sich die Zahlen an. Trefft Sie Ihre Entscheidung, damit wir vielleicht noch... Achso, die Leistungsziele, ganz klar. Aber im Entwicklungsplan wäre das. Äh, gucken wir mal. Das müsste ja der Neue sein. Ne, das ist nicht der Neue. Das ist ein anderer. Vorgerückter Spielmacher. Unsichtbarer Stürmer. Aha, ein Dynamo. Was ist ein Dynamo? Ich kenne mich aus im Fussball. Aber was ein Dynamo ist, weiss ich tatsächlich auch nicht. Äh, ausgeglichen wären 48 Wochen. Vorgerückter Spielmacher. Könnte man natürlich schon gebrauchen. Wir lassen es mal, wie wir es haben. So falsch kann es nicht sein, behaupte ich. Jetzt hatten wir hier aber noch einen Spielerjet. Der Herr Esmeyer. Ach ja, das ist der Neue. Davon habe ich geträumt. Danke, dass ich bei den Profis ran durfte. Ich möchte... Nicht durfte, du darfst. Ich möchte unbedingt allen zeigen, was ich für dieses Team leisten kann. Okay, kann ich antworten? Geht ja mir nicht. Ach, ich muss es erstmal markieren. Ich weiss, dass von dir noch einiges kommen wird. Du hast mich beeindruckt. Du hast niemanden... Du hast niemanden enttäuscht? Ja, ne, noch nicht. So, machen wir das mal so. Er muss halt via Training sich empfehlen. Das ist ganz klar. Gut, wir gehen ins Spiel. Allerdings, ich habe gesagt, wir simulieren es. Beziehungsweise, wir machen erstmal noch hier. Im Teammanagement. Wir nehmen ein paar starke raus, weil gegen Real Madrid... Da müssen wir ganz einfach... Da kommt der Herr Kühn zum Handkuss. Und hier kommt der Herr Laudy zum Handkuss. So, dann haben wir... Den Sturm schon mal komplett ausgewechselt. Ja, ich hätte gerne... Badje hier. Weil... Ja, ist klar. Ich denke, das muss ich nochmal erklären. Wir dürfen hier tatsächlich kein Risiko eingehen. Ne, das wollte ich nicht. Kannst du bitte nochmal wechseln? Können wir zwar auch machen. Wobei... Ne, Omerakic würde ich rausnehmen sogar. Ja, mach mal hier Badje rein. Okay, jetzt haben wir einen Durcheinander. Nämlich Blanko hier hinten. Der gehört hier nicht hin. Da würde ich... Ja, Omerakic nehmen. Ne. Moment, gehen wir nochmal zurück. Ja, Blanko gehört da nicht hin. Wen könnten wir denn da nehmen? Sollen wir Warka mal? Ich weiß, das ist dann natürlich komplett alles irgendwie im Prinzip falsch. Ist mir aber gerade egal, weil das Spiel gegen den FC Zürich... Das können wir auch verlieren. Würde ich behaupten. Ähm, sollen wir so mal? Oder haben wir irgendwie einen wichtigen noch drin, den wir schonen müssten? Fasnacht, Warkas, ganz klar. Ja, Karacic. Wen haben wir denn hier noch? Äh, Zentrales und so weiter. Ein Bandi. Äh. Haben wir den nicht verkauft? Achso, der ist natürlich immer noch da. Der kann ja noch nicht wechseln. Ferraro, Zentrales Mittelfeld. Ja, aber wir haben eigentlich gute Leute dabei. Ne, wir lassen es so, wie wir es haben. Ich bin jetzt aber wirklich gespannt mit diesem Durcheinander, was wir hier haben. Was wir da hinkriegen. Schneller Aufbau. Ne, das lassen wir. Und hier direkte Pässe. Ich würde hier tatsächlich Läufe in die Spitze machen. Und dann würde ich sagen, wir spiegeln das. Allerdings, ihr seht gerade, Weiss gegen Weiss. Ist jetzt auch nicht so ideal. Trikot ändern. Äh, wir machen hier mal Rot. Sehr gut. Dankeschön. Passt. Und dann werden wir das simulieren. Moment, da muss ich nochmal eins zurück. Da simulieren. Nicht Schnellsimulation, das ist einfach das Resultat. Ich möchte hier kurz gucken. Wir können immer noch zum Resultat springen. Das ist ja kein Ding. So. Ich werde mich jetzt davor hüten, nochmal siebenmal zu sagen, dass ich die Simulation hier nicht ideal finde, weil wir das Tempo nicht beschleunigen können. Ja, clever nicht. Jetzt habe ich es nämlich doch nochmal gesagt. So, hopp, FC Heisenberg. Wenn wir nicht eingreifen müssen, ist mir das tatsächlich egal, weil ich möchte mich gedanklich schon mal mit dem Spiel gegen Real Madrid beschäftigen. Wir dürfen nicht vergessen, wir spielen jetzt tatsächlich komplett mit ungestellter Mannschaft. Also da spielen teilweise Leute nicht mal auf ihrer Position. Kann also auch in die Hose gehen, was wir hier haben. Ja, spielen wir die Flügel. Ja, also das ist natürlich der FCZ, das ist mir klar, wir sind rot. Schöner Ball. Und jetzt hier außen, ja, zwei Gegner, schwierig. Schuss. Ne, doch nicht, nochmal ein Pass. Schuss. Jawohl, Tor. 1-0 Heisenberg. Der Herr Kühn. Ich sag ja. Also ich setze wirklich große Hoffnungen in den Herrn Kühn. Der hat mir schon gefallen, als er nicht im Sturm gespielt hatte. Das ist ja ein Junior von uns. Der setzt ihn noch durch. Ich meine, der ist ja auch noch blutjung. Also das ist natürlich schon ein Versprechen für die Zukunft. Und da ist er mal, hat er im Sturm gespielt? Wir hatten den letztens mal eingewechselt. Und da hat er eine Szene gehabt, da habe ich gedacht, wow. Also der Mann, der kann tatsächlich mit dem Ball umgehen. So, macht noch das 2-0. Dann könnten wir nämlich zum Schlussresultat springen, denke ich. Ohne grössere Probleme. Aha, okay. Herr Fasnacht. Echt jetzt eine rote Karte. Muss ich da umstellen? Ja, ne. Ich lasse es. Weil wechseln in dem Sinn können wir nicht. Ich würde das 1-1 so weiterspielen lassen. Also. Macht mal, Jungs. Das ist, glaube ich, die erste rote Karte, die wir kassiert haben. Und dann Ausgleich und noch Fasnacht. Jetzt ist es natürlich gefährlich. Uh, ja, ich war ganz ungefähr. Ich will nur jetzt zum Endresultat springen. Dann haben wir das Ding dann wahrscheinlich doch noch verloren. Weil ich weiss halt nicht, wie das rechnet hier. Keine Ahnung. Ja, aber ich würde sagen, sollen wir das Risiko eingehen? Klar, wenn wir verlieren ist Käse, dann... Aber ich glaube, wir wären immer noch Erster. Oder jetzt macht auch noch eine. Das war gerade Laudi. Mit der 39. Ja, nicht hier durchkügeln. Nö, nö. Ja, Ziggy ist auf dem Posten. Okay, wir gehen... Zu den Statistiken. Oder klingelt es gerade nochmal? Ne, da außen ist ungefährlich. Und da haben wir eh noch einen Ball verlost. Also, Statistiken. Ne, wo hatten wir das? Äh, mit Teammanagement. Auch nicht. Ja, wo konnten wir doch... ...das Endresultat herbeirufen. Ne, das ist es auch nicht. Fitness kann es auch nicht sein. Strategie. Irgendwie reagiert es nicht. Strategie. Oh, Tor. Ach, 0 zu 2. Äbischer. Sehr gut. Okay, dann können wir... Wenn ich es finde, können wir jetzt im Prinzip das Schlussresultat hier... ...eigentlich nehmen. Statistiken. Irgendwie, ich komme da nicht ins Dienst rein. Eingreifen war es doch auch nicht. Fitness war es auch nicht. Ich weiss nicht mehr, wie das geht. Äh, Pause. Pause. Ach, ja. Okay. 0 zu 3 sogar noch. Sehr schön. Da hat Blanco, glaube ich, nochmal getroffen. Ne, hat er nicht. Der wurde ausgewechselt. Naja. Passt 0 zu 3. Also, ich weiss nicht, ob wir das... ...selber besser hingekriegt hätten. Das gefällt mir eigentlich relativ gut. Wie sieht es aus in der Tabelle? Wird gerade geladen. Wir haben nochmal was im Büro. Und jetzt haben wir wieder die Champions League Farben. Ja, Tabelle. Wir führen natürlich immer noch. Wir waren vorher drei Punkte vor Servet. Da sind wir jetzt immer noch. Ja, Spieler gesperrt. Aber nicht für die Champions League. Er hat ein Spielsperre erhalten. Bitte berücksichtigen das bei der Auswahl ihres nächsten Teams. Das kann aber nicht sein. Das gilt doch nicht für die Champions League. Das ist ja nur aus Schweiz. Also, oder... Hä? Ne, come on. Ne, 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 ne. Also, wehe, wenn der jetzt fehlt. Das würde mich dann doch tatsächlich massiv ärgern. Lass mich mal gucken. Das müsste man ja eigentlich sehen. Wir haben sowieso... ...hier nochmal kurz Zentrale. Ja, und jetzt wird es halt wichtig. Jetzt wird es eminent wichtig. Man sieht es ja hier nochmal. Wir haben sechs Punkte. Wenn wir gegen Real verlieren und Marseille gewinnt gegen Chelsea, dann wären wir letzter. Und haben die nämlich sieben Punkte ebenfalls. Ja, das darf aber nicht passieren. Wenn Marseille verliert, sind wir so oder so mindestens in der Europa League. Na gut. Ne, wir müssen das Ding gewinnen. Es hilft nichts. Meiste Spiele unter Gegentor. Daher Ziggy. Jawohl. Pressekonferenz. Natürlich bei so einem eminent wichtigen Spiel. Muchas gracias por su tiempo. Aha. Ich würde mal sagen, das ist ein Spanisch. Das letzte Spiel endet der 1-1. Das zeigt ja schon, wie ausgeglichen beide Teams sind. Ja, real ist stärker. Wir müssen guten Tag erwischen. Ja, wir werden definitiv alles geben. Also da könnt ihr davon ausgehen. Das ist ganz klar. Glück und zum tollen Sieg gegen Zürich. Mit welcher Moral wird die Mannschaft ins nächste Spiel gehen? Gestärkt. Gut. In unserem Team gibt es noch Profis. Das ist wohl auch wahr. Aber der FC Zürich ist natürlich nicht Real Madrid. Nein, wir sind nicht ausser Form. Das ist Käse. Ja, ja. Ich bin schuld. Mal wieder. Logisch. Da ist die Team-Moral ganz oben. Dann haben wir das Ziel eigentlich erreicht. Das war die letzte Frage. Jawohl. So, und jetzt wird es aber tatsächlich spannend. Jetzt kommt, ich behaupte mal, das wichtigste Spiel, das wir bis jetzt mit dem HFC hatten. Weil eben, es geht darum, dass wir ins Achtelfinale kommen, in der Champions League. Um nicht mehr und auch nicht um weniger. Ich bin leicht angespannt. Merkt man es wahrscheinlich schon. So, wir drücken mal. Und gehen zum Team-Management. Wir setzen alles auf eine Karte in dem Sinne. Also die besten haben wir. Wobei, die Frage ist, ne, wisst ihr was? Nichts gegen Heisi. Aber da nehmen wir tatsächlich nochmal Laudi. Der ist einfach tatsächlich diesen Einticken besser. Kühn. Für Kühn ist das zu früh, behaupte ich. Nicht in so einem wichtigen Spiel. Druck nach Fehlern. Schneller Aufbau. Und hier hätte ich gerne nochmal das mit der Spitze. Ja, dann gehen wir zurück und dann gehen wir rein. So, das ist wieder nochmal hier. Ja, jetzt ist etwas passiert. Das ist eigentlich noch gar nicht passiert beim Aufnehmen bei FIFA. Es ist abgestürzt. Statt, dass ich das Spiel starten konnte gegen Real Madrid. Blups. Irgendwie Blackscreen. Und dann ist gar nichts mehr passiert. Jetzt habe ich hier nochmal hingespielt. Ich habe die Simulation schnell gemacht. Und schau an, es war tatsächlich wieder 0-3. Wir haben also wieder 3-0 gewonnen. Jetzt ist aber, glaube ich, der Herr Eppi schon nicht mehr gesperrt. Weil von der roten Karte habe ich nichts gelesen. Ja, blöd. Aber es ist halt, wie es ist. Gut. Also, gehen wir nochmal rein. Und hoffen, das lädt jetzt auch. Äh, wir haben Weiss gegen Weiss. Das würde ich dann vielleicht gerne noch ändern. Real Madrid allerdings in Weiss finde ich dann doch nicht so verkehrt, muss ich gestehen. Deswegen machen wir wieder rot. Okay, das hätten wir schon mal. Dann gehen wir in Richtung Äh, Dingens. Genau, Teammanagement. Dingens vor allem. Die Besten haben wir drin. Beziehungsweise, ne, wisst ihr was? Ich würde hier Laudi nochmal eine Chance geben. Vor Heisi. Der Herr Kühn, der kriegt seine Chancen dann auch noch. Aber nicht ausgerechnet in so einem wichtigen Spiel. Ja, und hier gehe ich auf Läufe in die Spitze. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, lasst das Spiel beginnen. Ich bin extrem gespannt. Ei, ei, ei. Ja, wir müssen gewinnen. Sonst wird es halt einfach eine Rechnerei. Beziehungsweise, wir sind dann auf andere angewiesen. Dann müssen wir wirklich hoffen, dass, äh, Chelsea Marse schlägt. Und das ist auch noch nicht gesagt. Hm. Ja, warm machen, das ist wichtig. Damit die Knochen warm sind. Vor allem, dass man eben nicht wirklich dann gleich eine Verletzung hat, wenn man mal den Fuß streckt. Ui, da, schaut. Ei, ei, ei. Was für ein Stadion. Estadio Santiago Bernabeu heißt das. Genau. Ja, das kennt, glaube ich, jeder Fussballfan. Und das geht, das geht einem auf der Zunge, wenn man das liest. Real Madrid gegen Heisenberg City. Da haben wir den Ziggi. Ui, 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 ui. Okay, Herr Heisenberg, jetzt oder nie? Jetzt? Ja, das sieht aber schon klasse aus. Gucken wir da hinten. Das ist noch Figo, Luis Figo. Der hängt hier im Lebensgross. Nein, das ist ein bisschen grösser, glaube ich, hier. Oh, ja, das, äh, es prickelt. Es prickelt in mir, wenn ich das so sehe. Unsere Jungs gegen das grosse Real Madrid. Da haben wir Laudi. Ja, ich würde sagen, wir gehen rein. So, wir haben Anpfiff, äh, ne, Ankick, Anpfiff macht der Schiri. Wir spielen von links, na, ne, plötzlich von rechts nach links. Ich bin ein bisschen durcheinander, merkt man es? Ja, wahrscheinlich schon. Und spielen in den roten Trikots. Jo, da wird gegrätscht, gemacht, getan, aber wir konnten uns lösen. Jawohl, laufen wir ein paar Meter. Oh, schade. In den Mann reingespielt, das ganze Ding. Und jetzt wird es natürlich gefährlich, wenn die den Ball haben, weil Fussball spielen können die. Der Weg führt darüber, dass die möglichst wenig Ballbesitz haben, würde ich sagen. Sonst werden wir hier relativ schnell Probleme kriegen. Uh, da außen ist einer frei. Ach, geh doch ran. Ui, da ist aber Ziggy mit der Hand dran. Hi, ja, 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 die kommen wie die Feuerwehr, man sieht's. Für die geht es natürlich auch darum, dass sie weiterkommen. Das ist ganz klar. Wenn die hier verlieren, dann ist die Chance auch vorhanden, dass die ausscheiden. Beziehungsweise, dass sie dann eben auch in die Europa League kommen und als Real Madrid möchte man das wahrscheinlich nicht. Ui, 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 Ziggy, sehr gut. Ja, hm. Gefällt mir nicht, was ich bis jetzt sehe. Die ersten 10 Minuten gehören glasklar Real Madrid. Bin ja auch zu Hause. Jawohl, haut das Ding raus, Lauti. Das ist okay. Wir müssen hier mal jetzt aber ein bisschen Ruhe reinbringen. Boah, was für ein schöner Pass. Was würde ich wirklich sagen? Ui, Ziggy. Oh, jetzt hatten wir aber wirklich schon wieder ordentlich Glück. Jetzt haben wir dafür ein bisschen Platz. Sauber. Schön gespielt. Oh, zwischen die Beine durch. Oh, aber hinten nicht angekommen, der Ball. Oh, ja, ja, da stehen sie alle auf. So, erste Ecke. Ja, das hat nicht ganz funktioniert, aber wir haben den Ball nochmal. Dreh dich und... Oh, 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 nö. Oh, 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 oh. Er hoppelt daneben. Oh, 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 oh. Schön gemacht, die Drehung. Und dann zwischenüber... Ach, der... ...knallt dem einen von Real noch einen Fuss ran. Und dann hoppelt daneben das Tor. Dann ist es aber nochmal eine Ecke. Tatsächlich. Das habe ich so gar nicht gesehen gehabt. Ah, das war zu einem Aufentortort. Ne, das ist natürlich Moonbeats. So verschenken wir ganze Eckbälle. Das ist dann wieder ärgerlich. So, deckt mal hier ein bisschen alles ab. Jawohl, dann kann der nicht viel machen. Den darf man natürlich auch nicht einfach rennen lassen. Schön gemacht hier dazwischen gestellt. Faul. Faul an Fasnacht. Jawohl, erster Karton. Das ist gut. Dann kann der nicht mehr so reingrätschen. Gut gemacht. Schön durchgegangen. Jawohl, auch gut gemacht. Ja, Tor, 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 Laudi. Ich wusste doch, warum ich ihn reinnehme. Er ist aber diesen Ticken schneller als Heisi, behaupte ich einfach mal. Ja, und es zählt. Es ist kein Abseits. Eieiei. Schön durchgetankt hier. Jawohl, und von Laudi hat, er hat halt diese Knipser-Fähigkeiten. Er ist genau dort, wo er hingehört. Er macht die richtige Bewegung. Und da hat der Torwart keine Chance. Ui, Leute, jetzt 1-0. Also, wenn wir gewinnen, sind wir im Achtelfinale. Das würde ich sagen, ist klar. Und das, je nachdem, auf Kosten von Real Madrid, wenn Marseille da Chelsea schlagen würde. Ui, 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 ui. So, jetzt nur nicht nachlassen, weil wir dürfen nicht vergessen, die ersten 10 Minuten, die haben Real Madrid gehört. Das war eigentlich ein Konter-Tor, wenn man es genau nimmt. Ja, sehr gut. Den haben wir natürlich. Sicher hinten raus. Ja, wenn du Platz hast, dann lauf. Nein, doch nicht dem den Ball geben. Was war das denn jetzt wieder für ein Käse? Ich wollte logischerweise etwas ganz anderes. Oh, gefährlich hier auf Benzema. Ganz langsam rangehen. Nicht irgendwie, dass wenn der eine Bewegung macht, dann ist er weg. Und Ziggy streckt sie nochmal. Ja gut, mir ist natürlich egal. Wenn wir jetzt hier unter Druck geraten und kein Tor kriegen, das interessiert keinen Menschen. Wichtig ist, dass wir irgendwie das Spiel am Schluss 1-0 gewonnen haben. Nochmal eine Ecke. Ja, wir wehren uns mit Händen und Füßen. Anders geht's nicht. Ja, war das nicht so... Ui, da geht halt die Hand zum Ball. Ja, ja, er weiss es. Dann das verschmiedste Lächeln. Das war auch nicht umsonst so verschmiedst. Ja, war das einer von uns? Ne, das war tatsächlich einer von Real. Hat zum Glück nicht getroffen. Der Rüdiger, ein Deutscher. Ja, okay. Ausbaufähig, würde ich sagen. Also, muss natürlich nicht. Nicht ausgerechnet gegen uns. Ja, gut, den Ball behauptet. Schara ist hier ein bisschen zu langsam in der Vorwärtsbewegung. Abseits? Echt jetzt? Das habe ich jetzt aber anders gesehen. Aber okay, ich nehme mal an, der Linienrichter wird da schon recht gehabt haben. Natürlich habe ich es anders gesehen, sonst hätte ich den Ball so nicht gespielt. So, gib mal drauf. Jawohl, sehr gut. Auch sehr gut gemacht. Dann haben wir den Ball. Ne, denkst du? Ah, wir haben ihn doch. Ja, gut, der ist schon auf. Macht einen Meter. Ja, da kommt Laudi nicht ran. Schade. War so schlecht nicht. Und da ist die Halbzeit fällig. Die erste. Eieie, 1-0. Ja, ja. Mhm. Können wir vielleicht den Schiedsrichter davon überzeugen, das zu beenden jetzt schon? Dann die zweite Halbzeit spielen wir in drei Jahren weiter. Weil das würde uns tatsächlich reichen, um uns zu qualifizieren. Aber jetzt haben wir nochmal harte, harte 45 Minuten vor uns. Eieiei. Müssen wir irgendjemanden rausnehmen? Ist jemand komplett im Eimer? Ne, ja, Karacic am ehesten. Da wäre dann Piero. Der wäre topfit. Sonst geht's. Ich würde zwar... Ne, wir führen 1-0. Lasst uns das mal so weitermachen. Das finde ich die bessere Idee. Wir können immer noch wechseln. Wenn er dann gar nicht mehr kann. Jetzt müssen wir mit den Leuten, mit denen wir der Selbstbestritten haben, gleich weiterspielen. Dann eben gehämmert. Ah, wir haben die Kugel. Sehr gut. Hinten rum. Oh, aber dann doch nicht so ein Pass. Jetzt geht's wieder los mit diesen unmöglichen Fehlpässen. Aber wir machen gut zu. Oh, der kommt hier ganz alleine zum Schuss. Oder ganz frei, nicht ganz alleine. Ja, so kommen wir hinten nicht raus. Ist der für uns doch, der ist für uns Glück gehabt. Ich wollte gerade sagen, so wird es einfach schwierig hier, endlich mal aus der Verteidigung rauszukommen. Jo. Voll in die Knochen. Schiri? Nein, das reicht doch nicht, dass du dem sagst. So nicht. Der muss doch irgendwie... Das gibt's doch nicht. Ein Karton wäre da fertig gewesen. Ja, Käseflanke. Voll auf dem Torwart. Ja, machst du noch heute? Ja, ist eure Zeit. Kein Ding, Kollege. Ja, schlecht. Oh, auch schlecht. Oh, keine Abseits. Doch. Ui, ich wollte gerade sagen. Äh, Wechselvorschlag. Jawohl, Badje für Karacic. Karacic ist müde. Und Badje ist eigentlich auch kein schlechter Spieler. Da haben wir Badje, der geht gleich mal ordentlich hier in die Offensive. Jawohl, sauber durchgetankt. Ui. Nein, der muss doch rein. Ei, gibt's ja wohl nicht. Was für eine hundertprozentige Chance von Blanco. Ei, genau auf dem Torwart. Hm, das wäre jetzt, ja, der berühmte Lucky Punch gewesen. Damit wäre er vermutlich durch gewesen. Aber das ist halt wieder ein Hätte, Wäre und Täte, Würde. Ei, ei, ei. So eine Riesenchance. Ja, da macht er sie. Ne, das ist Fasnacht. Das Kopfballmonster vom Heisenberg City FC. Zählt's? Es zählt. Wow. Standardsituation. Ui, Leute. Wir gehen in Richtung Achtelfinale. Alle Ernstes. Das hätte ich tatsächlich... Ich muss gestehen, ich habe nicht damit gerechnet. Ich dachte, wir werden vielleicht maximal einen Unentschieden hinkriegen. Und dann, je nachdem, in die Europa League wandern. Aber jetzt... Oh, wie schön das Tor. Das müsste auch in die Auswahl. Tor der Saison. Werde ich auch reinnehmen. Genau in den Winkel. Ja, also viel präziser geht das nicht mehr. Sehr schönes Bild hier vom fliegenden Torwart. Und heise freut sich natürlich. Guck mal, wir gehen in die Champions League Achtelfinale. Ja, gibt's ja wohl nicht. Ja, gibt's ja echt nicht. Aber wir sind noch nicht drin. Wir sind definitiv noch nicht drin. Das Spiel dauert noch ein Momentchen. Und wir wissen, bei FIFA, das war schon immer in allen Teilen so, dass der Gegner, äh, gegen Ende hin, meistens noch mal ein bisschen zulegt. Ui, da kommt ja einen Kopfball. Ja, man sieht einfach, die sind halt wirklich, wie soll ich sagen, im 1 zu 1 sind die überlegen. Jetzt wird er noch mal gewechselt. So, los, wehrt euch. Wehrt euch, wehrt euch, wehrt euch, wehrt euch. Ui, Zigi, sauber. Den haben wir. So, eigentlich müssten wir ruhig aufbauen, aber ich hau das Ding trotzdem weg. Oh, schade, wenn der in den Ball kommt, der hätte ihn schön weiterleiten können. Dann hätten wir noch mal ein Konter gehabt. Da ist nochmal, Zigi. Ja, jetzt sind wir aber vollends gefordert. Ei, ei, ei. Was für ein Spiel. Ja, wenn es aber aus dem Stand macht er das Ding, zum Glück halb hoch. Das ist wieder eine dankbare Höhe für den Torwart. Ja, einfach ganz ruhig, genau. Uah, heiliges. Ja, jetzt ist aber Zigi gefordert. Aber das wussten wir. Wir müssen einen topfiten Zigi haben. Sonst wird das hier schwierig. Da streckt er sich. Ui, da kommt er wirklich gerade noch knapp ran. Ho, ho. Ei, ei, ei. Ja, sagen wir mal knifflig. Langsam aber sicher hier. Noch 15 Minuten, ein bisschen mehr noch. Ja, gut rausgegangen. Oh, nicht so. Ich wollte ihn eigentlich raushauen. Hat aber nicht geklappt. Oh, das müsste nochmal eine Ecke geben. Da sind ganz viele Füsse im Weg gewesen. Sehen wir hier nochmal. Ja, einer war es. Ein Fuss. Aber es sind mehrere zum Ball gegangen. Nochmal eine Ecke. Ich leide gerade. Ja, gucke. Oh, eigentlich. Wir waren doch dran. Ja, Konter. Lauf. Jawohl. Gut gemacht, Barbier. Und auf, lauf, lauf. Ja, das war nix. Aber wir haben den Ball noch. Zauber. Ball halten. Kein Abseits. Oh. 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 2 zu 0 gewesen. Durch. Barbero. Ja, der Kopfball war besser als der erste. Aber da ist halt der Torwart. Der ist natürlich auch voll da. Ei, ei, ei. Na ja, gut. Wir haben einen Eckball. Wir haben den Ball. Jetzt müssen wir nur... Jetzt ist es wichtig. Wir dürfen nicht den Ball jetzt komisch verlieren. Und dann in den Konter reinlaufen. Das muss eine sichere Ecke sein. Ja. Genau so habe ich mir das jetzt da vorgestellt. Gut gemacht, Vargas. Oh. Tor. Tor. 3 zu 0. Ja, wo gibt es denn sowas? Hohoho. Ja, Papero. Jetzt war es doch noch. Zweimal mit dem Kopf hat es nicht geklappt. Ei, das ist ja... Also da gibt es aber in Heisenberg City gibt es da Nationalfeiertagen neuen. 3 zu 0 im Bernabeu. Noch mal gucken. Schön gemacht. Ja, der Torwart war eigentlich dran. Das hätte ich jetzt tatsächlich... Also das hätte ich nie für möglich gehalten. Aber ich muss sagen, wir haben auch einen wirklich guten Tag erwischt. Und den brauchst du natürlich gegen so eine Million Truppe. Wow, wie cool ist das denn? Jetzt bin ich gespannt, was wir im Achtelfinale kriegen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, das erreichen wir. Ich glaube nicht, dass Real jetzt noch 3 Tore schiesst. Und möglich ist es nicht, aber es ist unwahrscheinlich. Aber selbst wenn wir einen harten Gegner haben. Also irgendwann, wenn man Real Madrid in Madrid schlägt, dann müsste man eigentlich fast jeden irgendwie besiegen können. An einem guten Tag. Oh, okay. Oh, ich dachte schon. Ja, die sind natürlich unzufrieden. Die Spanier fluchen, das ist ganz klar. Ja, ein bisschen zu hoch eingestellt das Visier. Da bin ich froh. So, es gibt eine längere Folge wahrscheinlich. Ich weiss das gar nicht. Ich sehe die Zeit nicht. Ist aber auch egal. Interessiert kein Mensch, wie lange die Folge geht. Wir haben hier ganz andere Sachen. Jo, schön im richtigen Moment gespielt. Und dann wieder in die Füsse rein. Hatte der nicht schon gelb? Nein, hat er noch nicht gehabt. Schade. War wieder rüdiger. Ja. Ach, es... Jetzt fehlen mir aber echt die Worte. 0 zu 4. Und vor allem das Tor. Aus so einem Freistoß habe ich noch nie ein Tor gemacht. Buddy ist es. Ei, Demontage der Königlichen. Ho, ho, ho. Ja, sehr, sehr cool. Ja, jetzt weiss ich. Jetzt werden die einen oder anderen wahrscheinlich wieder denken, hey, sie geh halt mit der Stärke rauf. Kein Abseits. Sehr schön gemacht. Das Problem ist halt, wenn ich auf Weltklasse gehe, dann habe ich dann langsam Angst, dass wir absteigen. Weil das ist aber nochmal einen Ticken höher. Also wir sind jetzt auf Profi. Das ist ja so schlecht nun nicht, behaupte ich. Zumindest für meine Verhältnisse. Und dass wir jetzt hier 4-0 gewinnen, das werden wir auch nicht jeden Tag wiederholen. Also ich bin fast sicher, wenn wir das Spiel nochmal machen würden, dann gäbe es kein 4-0 mehr. Wow, Sieg. Heisenberg FC gegen Real Madrid 4-0. Das lassen wir übers Bett hängen. Wie schön ist das denn? Das heisst, wir sind im Achtelfinale. Definitiv. Und für Real könnte es jetzt tatsächlich in die Europa League gehen, wenn sie Pech haben. Das werden wir wahrscheinlich gleich sehen. Ja, da freuen sich natürlich die Heisenberger. Cool. Also, gehen wir raus und gucken mal. Ja, Pressekonferenz gibt es natürlich wieder. Da könnten wir jetzt eigentlich die Spieler mal feiern. Ich würde aber trotzdem eigentlich eher sachlich bleiben. Sehen wir hier, was die anderen gemacht haben? Ne. Das war zu kurz und ich habe nicht alles gesehen. Ja, der ist bestimmt sauer, der Kollege Reporter. Herbe Niederlage für Real Madrid. Muss sich der Klub nun vor Ihnen fürchten? Nein. Der Gegner wird daraus lernen, so überheblich sind wir nicht. Wir müssen auf dem Boden bleiben. Wir haben gewonnen. Genau, das gibt es. Das war ein Spiel. Glückwunsch, Sie konnten Real Madrid diesmal bezwingen. Oder besiegen. Ihr Kommentar zum Spiel. Großartig halt. Genau. Ja. Ich bin stolz auf mein Team. Das musst du erstmal hinkriegen. Nach den vier Heisenberger FC-Tonen war es am Ende ein komfortabler Sieg. Hätte das Ganze aus Ihrer Sicht heute auch anders ausgehen können. Ja, wenn wir am Anfang ein Tor kassiert hätten. Ne, sicher nicht höher gewinnen. Sie hätten ein knapperes Ergebnis verdient. Ich mach's mal so. Weil, äh, ja eben. Wenn man den Anfang nochmal, nochmal Revue passieren lässt. Das ist ganz klar, dass wir zu Beginn Glück hatten. Büro, Büro, Büro. Das machen wir natürlich gerne. Äh, geändert der Spieltermin. Jawohl, das ist dann das Achtelfinale. Äh, Basel wird verschoben. Ist okay, können wir machen. Wir haben noch Turnierpreisgeld gekriegt. Und zwar, ist nicht euer Ernst. Aufgrund Ihrer Leistung im Webberuf haben wir zusätzlich finanziell... Ja, mit diesen Mitteln können wir das Transferbudget in der nächsten Saison erhöhen. Wettbewerb UEFA Champions League. Preisgeld 24,5 Millionen Euro. Ui, ui, ui. Okay, ja das nehmen wir natürlich... Das nehmen wir dann doch relativ gerne an. Ganz klar. So, wir haben hier schon wieder die Tabelle... Tatsächlich, äh, von der Liga. Und sehen, das nächste ist dann Sieger. Ja, jetzt müssen wir runterkommen. Das müssen wir zuerst mal verarbeiten. Also dieser Sieg, der ist, äh... Ja, der geht definitiv in die Klubgeschichte ein. Das ist ganz klar. 4-0 auswärts gegen Real Madrid. Ich mag einen Aufstieg, glaube ich nicht, was ich jetzt gerade, äh, erlebt habe. Und eigentlich wirklich ein schöner Sieg halt. Also schöne Tore. Wow. Ja gut, liebe Freunde, ich hoffe, euch hat es den gleichen Spass bereitet wie mir. Jetzt wollen wir mal gucken, wo die Reise hingeht mit dem Heise FC. Wir werden sehen. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020